da sind wir beim nächsten deck tag und ich habe euch heute was mitgebracht was ich mega cool finde und zwar mehrvolk mehrvolk ist ein absolut geniales deck ich finde es wirklich wirklich cool und deswegen lasst uns nicht lange drumrum schnacken lasst uns direkt rein gucken rein tun können wir können ein springen in den pool aus inseln nicht nicht wegschalten das deck ist wirklich cool wir spielen inseln und zwar zehn stück ich zeige euch die mal so weil ich möchte jetzt keine insel oben hinlegen dazu spielen wir vier karen of souls wenn es ein spiel kommt sagen wir mehrvolk an und wir können tappen für man eine farbe oder tappen für mehrvolk spell blaues mana bekommen und der spell ist unkonterbar das ist sehr mächtig sehr gut macht sehr viel spaß dann davon spielen wir natürlich nur einen sondern tatsächlich vier dann weil wir uns leisten können vier wasteland tappen stören non basic land unserer wahl einfach so bam kaputt kaputt mega mega gut und tatsächlich ein fiery islet also tappen für ein blotes oder blaues wir kriegen den schaden oder tappen opfern sie eine karte und ein otavara sorting city tappen für ein farbloses tappen für ein blaues und vier mana wir können die karte aus der hand abwerfen können planeswalker enchantment creature oder artefacts auf die hand bouncen kostet ein mana weniger für jede legendary creature die wir kontrollieren das tun wir eine menge im deck haben ich glaube eine und ja dann wird ja auch günstiger und jetzt muss ich die leute die vier mehrvolk spielen ein bisschen schocken das waren alle länder ich spiele in diesem deck keine mutterwollt manchmal spielt man noch mutterwollt so zwei bis drei stück dann nimmt man irgendwie an wasteland raus ein zwei inseln raus und hat dann noch mutterwollt drin ich spiele ohne mutterwollt ist nicht so die beliebteste entscheidung nicht so die die leute die die leute harten stützen ich bin damit bisher super gefahren ich habe sie nicht vermisst bisher gucken wir uns die karten an die non-creature spells sind wir haben auf der einen seite vor so viel counter target spell fünf mana wir können blaue handkarte abwerfen um exilen um den spell ohne marco zu bezahlen das ist das was legacy davor rettet turn eins immer auseinander genommen zu werden ähnlich wie wenn wir anfangen spielen wir auch days wir können inselzug auf die hand nehmen statt die marco zu bezahlen für zwei mana konnten wir ein spell ist dann in der beste zeit ein mana mehr das sind tempo plays alleine deshalb ist der hebner halt dann nichts mehr machen kann wenn wir halt so ihm den zu kontern unsere mehrfolgs reinlegen ihn swing und er einfach hinten dran ist mega dazu können wir noch vier älter fiolen spielen älter fiole ist ein adefakt zumindest sonst kommt marke drauf wir können das ding tappen und adefakt das um eine kreatur aus unserer hand ins spiel zu bringen die mana kosten gleich der marken hat da drauf und wir müssen keine marke drauf legen wir können auch keine runternehmen und wir müssen auch genau die anzahl der marken haben das heißt normalerweise ist zwei der sweet spot manchmal drei wir haben nicht so viele drei mana karten drin das werdet ihr gleich sehen aber so zwei ist schon der sweet spot in dem neck und ja wenn wir dann zum beispiel erste runde er der fiole spielen der jedner spielt was wir dazen das gehen unterzug spielen land spielen mehr volk er der fiole tap mehr volk sind geht da schon so hinten dran dass das ja wie sollen die das jemals einholen gucken wir uns die kreaturen wir spielen drei ich wiederhole drei true name nemesis nicht vier drei drei mana 3 1 wenn der spiel bekommt sagen wir den gegnern der hat schutz von dem gegner den wir ausgesucht haben also unserem gegner schutz bedeutet kann ich geblockt werden getarget werden und so weiter und so fort kann nicht mit schaden besetzt werden von diesem spieler kann zwar zerstört werden aber sonst nichts warum nur drei ich habe die emperor nihail die zweite noch drin normalerweise spielt man vier davon ich möchte sie aktuell ein bisschen spielen weil es macht tatsächlich spaß und sie ist tatsächlich gut drei mana 3 3 du kannst die oberste karte des decks jederzeit angucken du kannst mehr volks bei vom deck cast wenn du möchtest und immer wenn du mehr volks bei cast ist kannst du einmal eine bezahlung christen 1 1 blauen mehr volk token sehr sehr mächtig wenn man mal den grind fest kommt gerade gegen so 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 uro de huro decks ist die wesentlich besser als der true name nemesis merkvolk trickster zwei stück zwei zwei flash wenn er ins spielwerk kommt tappen wir eine gegner kreatur sie verliert alle fähigkeiten erstens können wir damit halt auch ganz gut mal fähigkeiten ausschalten zweitens können wir die von angriff bewahren drittens können wir damit auch sowas wie macht lager oder ähnliches einfach mal eine runde weghalten was wirklich gut ist und deswegen spiele ich jetzt eigentlich mainboard die ich finde den tricks da einfach zu gut als dass man es nicht irgendwie machen kann um sich da zu beschützen mit mit flash sie rein zu flashen und auch einfach spaß zu haben dann silver quill adept 2 mana 2 1 als welche kosten wenn wir den karsten nicht wenn wir mit er der fiol reinlegen wenn wir den karsten müssen wir ein mehr volks der hand vorzeigen und wenn das spiel bekommt ziemlich eine karte auch hier sehr sehr gut kato immer bestes dann spielen wir lords und zwar spielen wir vier lord von atlantis andere mehr volks kriegen plus eins und haben inseltarnung mehr muss man dazu nicht sagen dann spielen wir mal vier master auf pearl trident 2 mana 2 2 andere mehr volks kriegen plus eins und haben inseltarnung ja die klassischen acht lords der mehrvolk leute dann haben wir noch den volderian hexcatcher 2 mana 2 1 flash andere mehr volks die wir kontrollieren plus eins und wir können mehr volk opfern um zauber um ein mana teurer zu machen beziehungsweise mit mir halt zu kontern wenn er nicht einmal mehr bezahlt manchmal ist es ganz cool unsere mehr volks dafür zu opfern gerade wenn es ins wichtiges bell sind fällt mir gerade ein das ist übrigens mittlerweile ein mehr volk auch wenn hier herrscher steht ist der mittlerweile mehr volk und er gibt einen anderen mehr volks den kraft der volderian hexcatcher ist eine neue karte aus dominaria united united und er ist sehr cool hat das deck noch mal gut nach vorne gebracht es gibt nämlich auch den hexcatcher aber den spielt man nicht mehr dann spielt man will ich vier teitscheibe 1 mana 1 1 kicker für ein farbloses wenn er gekickt wurde können land zu einer insel werden lassen das ist sehr gut gegen sowas wie ursas saga multi color lands oder 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 beziehungsweise und wenn er eine insel kontrolliert dann kriegt er plus eins und meistens kontrollierte gegner insel wodurch der immer als 1 mana 2 2 er zu sehen ist mit dem upside dass er noch ein land zu einer insel machen kann solange wir die kontrollieren das gut das ist das 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 ist gut und dann haben wir noch drei wie schaden dockhand ich finde die karte mega cool ich liebe ja auch einfach wie schaden port um 1 mana 1 2 mehr volk der von sich aus schon island walk hat unten land tappen kann wenn er möchte ist einfach wahnsinnig stark wirklich wirklich stark gegnerisch länder weg tappen die mana die nahe zu machen in tempo play mit counter spells zu machen mit days und so weiter wirklich gut und das bringt einen richtig schnell richtig weit nach vorne auch ging so so decks wie 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 lands oder vor color control kann man mit mehr folg ordentlich was reißen aktuell ist ein kleiner sleeper aber gucken wir uns das sideboard an bevor wir in eine art von deck talk im sideboard möchte ich zuallererst sagen normalerweise spielt man hörkes recall im sideboard um alle de facto mit nach zum beispiel um eight cards zurückzubaußen aktuell teste ich diese karte filter out drei mana aus marsch der maschine aftermath drei mana incident wir bringen alle nicht kreaturen nicht land karten auf die hand zurück wir haben fast nur kreaturen land karten das einzige was uns da tangiert ist halt zumindest der mainboard er der viol das war's also warum nicht die mal testen ich finde bisher ganz ganz gut und sie hat auch schon ein zwei siege eingeheimst dann spielen wir zwei force of negation weitere force of will effekte einfach nur damit wir spells counten können hier nur non creature spells und damit wir halt im gegnerzug nicht turn eins umgenietet werden wir spielen ein langsames faires aggro deck so langsam ist es auch nicht aber wir spielen ein faires aggro deck und das tut einfach b wenn der gegner uns das so weg forst dann haben wir zwei gravediggers cage ein mana artefakt kreaturen können aus dem friedhof und aus dem deck das spiel nicht entern spieler können aus dem friedhof oder dem deck keine zauber spielen sehr sehr mächtig dann ich habe mich lange dagegen wert wirklich lang ich muss das dabei sagen wirklich wirklich lange dagegen gewährt vier chalice auf sowohl xx kommen in x marken spiel spells können nicht mehr cast werden mit mana value x den legt man normalerweise auf null oder auf eins den spielt man normalerweise turn eins in den meisten decks in diesem deck maximal frühestens turn zwei oder turn eins auf zero ich habe mich dagegen gewährt den zu spielen lange lange zeit lang ich finde ihn auch in dem deck nicht so gut aber ich verstehe warum man ihn aktuell spielen sollte gerade bei den ganzen reanimator sachen gerade bei den ganzen anderen eight cast sachen die alle nur noch auf eins oder null gehen ist es so wichtig denen auch turn zwei zu legen ist der immer noch mächtig genug wenn man anfängt wenn er jeden angefangen hat braucht den gar nicht reinnehmen aber sehr gut dann noch ein null rod zwei mana artefakt spieler können aktivierte fähigkeiten und an fakt nicht aktivieren das nimmt uns auch ein bisschen raus mit unserer etafiole macht aber nichts hat wunderschöne synergie effekte in dem mann geht einfach seine artefakte nicht mehr nutzen lässt dementsprechend das beißens gewinnt man aber nicht legt damit noch zwei fairy macabre als gravestite karte zwei mal drei mana 2 2 fliegen wir können die abwerfen um zwei karten um friedhof zu entfernen gegen uro gut gegen reanimator gut gegen diese ganzen tricks sachen gut ja wirklich eine gute karte und dann haben wir noch zwei raven form drei mana source wie die wechseln artefakt oder eine kreatur ihr merkt schon ich habe einen artefakthass aber hier ist auch mal ein creature removal drin und der beherrscher kriegt einen 1 1 blauen bird token der ist uns total egal weil wir wahrscheinlich island walk haben und wir können das ding verteilen wir können das wird zwei mana verdeckt weglegen für ein mana irgendwann casten auch durch eine chalice durch was dafür sorgt dass es auch zum teil nicht gediskt karte wird kann das ist ziemlich gut und ja am ende des tages ist das was wir brauchen wir brauchen manchmal einfach removal spell für eine kreatur vor allem weil es exile ist kann es halt auch so ein marit lager exilen und so weiter und so fort sehr gut sehr sehr gut ja das ist das sideboard gewesen das deck selber wirklich großartig ich finde es wirklich cool was das deck wirklich kann es geht raus es ist haut auf die schnauze es hat lord effekte bis zum geht nicht mehr es ist denied den gieterischen mana plan es macht unendlich viel spaß zu spielen hat keine reserve des karten drin außer den nilrod den man nicht spielen muss und ja das deck ist ich saß immer wieder für legacy verhältnisse ich krieg dafür immer auf den sack wenn ich sag das ist günstig das deck ist für legacy verhältnisse günstig und wenn ihr irgendwo mit anfangen wollt mehr erfolg ist ein cooles deck kann man mit anfangen toland academy der prof hat das auch als ein deck also go buy it ich habe hier hat spaß wenn ja könnt ihr dem video gerne daumen nach oben da lassen und also eine positive wertung und ja ansonsten wenn ihr euch abonniert hat abonnieren wir sind es beim nächsten mal bis dahin abdexiert ciao ciao conduct d d Vielen Dank.